aber ist mir jetzt auch egal ich mache jetzt einmaligst richtig sauer jetzt mal ohne scheiß wenn ihr dieses video guckt hat jemand von uns gewonnen dann nicht gespannt wer es ist ich nicht stimmt das ist das einzige was sie nichts wollen aber ich wollte es kommen wird auch jeder alter ja ja maxim der sagt sogar direkt wie er gewonnen hat aber seine komp hat da irgendwie jetzt kommt seine top leute das war meine kommt übrigens gerade wild shapeshifter sorcerer und dragons ja das war auch deine kommt aus dem zweiten video das ist einfach eine gute kommt einfach ist es auch eigentlich aber keine alte mussten sogar zwei euro fünf euro versandkosten bestellen was das denn ja oder wenn du selbst drucken willst hat es auch gebühren selbst druck gebühren also ungelogen ich glaube das hat irgendein gericht gesagt dass die das nicht machen dürfen ich war das hat gesagt what the fuck und dann haben sie so gesagt nein wir geben auch wo ist denn das selbst druck kann man hier auch gar nicht angeben kann man losgehen hier danke wer verliert der ratzt ich will keine sessens aber spiele einfach irgendwas ich habe jetzt hier keine zeit die krise da war ein spadl ne bieten hat literally die chance auf dem spadl gehabt der war vor ihm wie ist denn ja ich habe jetzt hier was so gut gemacht den habe ich gekriegt pike jetzt hat er sogar einen random typen gekriegt wir sind beide drei erster wir sind alle drei erster gib mal gutes item je nachdem was für ein item ich bekomme das entscheidet jetzt meine kolle ja auf ticketmasters e-ticket wir sind frei hä verrückt ja und kaufst es nicht da ja mach ich kein item selber ausdrücken keine items keine items ich weiß immer noch nicht auf was ich gehen weil ich kein item getroppt hab ich glaub ich weiß auf was ich geh ich mach mal was neues ich hab keinen plan was ich mache ich kann nie in die womit gehen ich geh zum madarius ich geh wild glacial elementalist shapeshift ist das nicht mein ding weiss nicht ist immer auf glacial ich geh nie auf glacial mhm auch nö also wird das doch nö 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 wir haben nur eine items keine items sie hatten wurden denn es war nicht wie es nach zwei Klox und der zweite der sich schon bald ich hätte mit dem zwei Milliarden können zu weit gegangen als ich bin der Gerät der Garten hab ich halt auch noch zwei Niederlies was soll's, aber mein Plan steht ich weiß ganz genau, worauf ich spielen werde ich weiß es ganz genau ich werde sagen, bist du behindert und ich werde damit gewinnen wenn du damit gewinnst, dann nice aber mein Level 3 Blitzcrank wird euch ficken die Tränen wär ganz geil ich krieg gar keine Items gar keine Items, der jetzt hat wow, Belt das ist aber scheiße sind wir im Shop ach ja, gleich mit 2 an verpackt hast du es wieder getan ja ja, klappt doch, du hast es da zurückgekommen ja, ich hab doch gerade die verkauft, deswegen oh, lol krass, der hat mir gleich niederliegt der will gewinnen scheiße, schnell wechseln wenn ich jetzt gewinne, ping ich immer auf meine Bank weil das ist dann frech Jörge Biest hat voll viele Items Jörge Biest hat dich durchgelockt Quatsch Jörge, du hast 4 Items insgesamt muss ich jetzt erstmal das Ticket ausdrucken der spielt nicht mal tue ich echt nicht als Maul als Maul hab verloren Haa, Farbdruck ist ja voll Pfff, den mach ich nicht Bist du ne Ari? Alter, ich hab mir alles auf die Seite geballert Ich hab mir ein bisschen Ari im Shop ich krieg dich nicht Ich hab ein bisschen Verschwendung Junge, warum druckst du das jetzt aus? Das ist in fucking 6 Monaten Da hast du recht Das stimmt Aber Bis dahin ist das Müll Dann weißt du nicht mal mehr, dass das Ticket noch raus Quatsch, bis dahin ist das kein Müll Bei mir war das so Was du redet Ich rede nicht Ich laber nur Scheiße, wenn ich Mut aufmache Ey, ich bin fast letzter Ich hol mir noch ne Spaddle Und mache noch mehr Glacials Ich spiele einfach wie immer Nur, dass ich einfach alles zu Glacials mache Und wo ist noch ein Problem? Ey, ich hab die ganzen Gamescoms auch mal schon ausgedrückt Auch das ist nicht Ja gut, ein Monat Kann man machen Ey, ich gewinn schon wieder die ganzen Tag, Alter Ich krieg die Krise So kann das nicht laufen, weil ich hab auch jetzt schon keine Items Das ist fucked gedruckt Das ist fucked gedruckt Das ist fucked gedruckt, das ist abgefuckt Geil 50 Euro rausgespielt Wie kann man denn nichts kriegen, Alter? Ja eben Ich brauch ein Garen für Garen Level 2 Garen Level 2 Okay, ich will noch einmal verlieren Ich möchte hinterherruhen ziehen Ich brauch noch eins Ich geraten Junge Ich bin hoffnungslos verkackt Ja Du bist auch gefickt Und jetzt kann ich mir das noch geil mit dem Master App Unterladen Roller Limited, Alter Mit seinem Pike Shootin, Alter Es ist so nett Das PSF YOLO ESP PSF ESP YOLO PSP Ja, ESF Haben wir einen schlechten Niederliberloxfeld Wow, Rosinius Rosinius verdient keinen Respekt Hä, gewinn ich das? Alter, wieso gewinn ich das? Es ist nach an der Schwack Alter, das ist schier Schwer kann es um mich kriegen Die Leute entspannen jetzt erstmal Was brauch ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich brauche Wow Hat sich nicht gelohnt, so abzufucken Ich laufe jetzt mit, damit die Leute wieder verwirrt sind Halt dich mal auf Ich meinst schon weg? Ja Nö, meinst noch da Oh 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 Ja, Biest Ja, Biest Alter Wow Wieso will Biesten immer das irgendwie ich haben? So ein Bruder Hä? Der Typ da unten hat mir das weggeschnappt, okay? Ja, aber ich wollte das auch haben Ja, aber du warst wohl nicht dran Als Maul, Alter Weißt du, wen ich hab? Kennen Weißt du, wer bald Glacial wird? Kennen Kennen Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr zu verlieren Mal gucken, jetzt verlief drauf Alter, wir haben ja keinen Bock mehr zu verlieren Jetzt geht's los, jetzt geht's los Glacial, Glacial, Glacial Ich hab noch gar nichts Oh, ich hab erst mal Kennen noch Zeit Ich will gleich, ich will gleich auch Ja, mein Game bugged Also, es bugged nicht, sondern es lagged Wollte ich sagen Also, das tut mir leid Ich kann nicht reden, okay? Ja, fucking Cannon Wenn du aus der zweiten Reihe angereist, wird keiner geslowt Zeit zu verliegen Ich verliere immer noch ein Karussell erst Das ist so ätzend Ja, weil du dann denkst, du bist geil Und dann plötzlich bist du nicht mehr geil Jetzt fang ich an zum Gehören Guck mal, jetzt komm ich da ganz unten Also nicht ganz unten, aber unter Biesten auf jeden Fall Ja, also, wenn das dein Plan ist, muss ich wohl wieder meine Umstellung ausstellen Okay, ich bin da wieder Zweiter Ey Junge, und jetzt krieg ich die ganzen Ari und Sorcerer Ja, und alle, ich krieg die Krise Ja, jetzt kommen die an Alle denken so, man Lass mich ran Gutes Heifu Absolut nicht Absolut nicht Absolut, ihr Wichs Always bring Brom Always bring Brom Und wenn du nicht Brom bringst, dann bring ich dich um Bring mal dein Mann zum Schweigen Du Bringer Du Glacier Ja, die habe ich doch gerade schon verloren Ja, Alter, ich hab ein Rapid Fire im Morgen Haha, Fistos Fistos Mmh Mhm Hör, was mach ich? Äh, hier brauch ich nix von So, ihr geht alle auf den Kleinen hier vorne Ich hab Bock Kleine vorne? denn ich hätte gern spaß und ein gürtel ja ich mit vieles möchte sich das will ich hat ja geil aber laris misplaced ist fach ich werde ja ich verlegen die crux brutals von dem bild diesen einen um den greben muss alter aber ist so dass die hat für dich gerade härter als sonst er vielleicht gewinne ich noch aber wahrscheinlich doch das ist gut aus keine items das üblich halten ich krieg ich hab mit wie die keine items ich werde hart verkloppt grad stand behind braum oh kaufbau wird verkloppt habe ich meinen shop gelockt nee das hat sich geändert roll ich mal oder level ich mal glaube ich treu grad was mache ich hier gerade was mache ich hier gerade ist eine frage habe ich gerade mein zweiter brawl hat er gepackt ich bin so dumm um sorcerer zu bekommen alter irgendwas erden alter schier du bist der kalte der eck und leck mich am arsch und da war gestahnt lächerlich ja aber meine niederlieferungen arbeitet auf dich zu gut gute ult war gerne gute ult ja ich verliere wieder ich guck mal guck mal meine items ich hab nichts ich hab viele items aber ich kann die nicht ihr habt alles schon alle haben schon viel mehr einzubekommen als ich jetzt das ist was soll ich denn tun nichts ist sich gar nicht nichts geile in den letzten sechs Prozent 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 reden 5 3 3 53 ja der hat auch schon scheiß frozen heart und ginschus alter ich hab eine ginschus auf dem feld und auf der Bank Z2 gehen sie jetzt auf dem Felder und drei items auf der Bank ja ab nach unten mit mir lass doch mal gucken wenn ich das Item brauche ich weiß es gar nicht so wirklich manche Charaktere tatsächlich ich glaube Items sind gar nicht so ja wobei doch alle meine Braus sind auf Kreis ich hab gleich ein Level 3 Niederliob wo ich gar nicht drauf spielen möchte versteh dich ich hab ein Level 2 Warwick und ich hab sie nicht auf dem Feld ich hasse Schia als Maul ich hab zwei Garants auf der Bank und die sind gleich verkauft die sind gleich verkauft always bring Raum wirst du mich auf Biscuit spielen wollt ich hab keinen einzigen Biscuit bisher gesehen im Shop weißt du was ich spielen wollte? auf Anivia aber die kommen nie ja gut da musst du auch ein bisschen warten du ich hab doch keinen Bock wie kann ich denn nicht ganz unten sein? Ernsthaft? guck mal wer jetzt gleich ganz unten landet hoffentlich das ist der Schick ganz unten ich hab ein guck mal ich hab ein bock ich hab ein bock ein giant's belt ich hab ein bock ein giant's belt also was kann ich mit ein giant's belt machen? oh mein god no scheiße ich sehe was was ich sehe und das gehört mir Wieso lebe ich eigentlich noch so hart? Die müssen wir noch am verlieren. Was will ich eigentlich? Ich hätte Niederlinien, ich hätte irgendwas anderes. Das ist so viel. Eigentlich hätte ich gerne alles genommen, was da so Lum läuft. Lum läuft, Ebel nicht, Havanech. Ich krieg auch keine Warbix, Warbix ist genau das, was ich gerade brauche, das ist so ätzend. Ja, es liegt offensichtlich nicht an mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warbix ist liegen geblieben. Da hast du Warbix. Ari Level 2. Ich bin mit dabei und ich kriege Ari. Schnelle Level 2, als wenn ich die haben wollen würde. Ich verstehe das. Ich auch. Ich verstehe das auch. Ich verstehe das. Gleich wie Brawler. Der eiskalte Brand mit eiskalten Blink. Du auch? Na klar. Hast du auch einen eiskalten Brand? Nö. Hast du nicht! Nur mal du hast Assassin's. WTF Alter? Kann sich einfach sagen. Go, 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 go. das ist auf drei mal auf holz aber ich kann keine nicht auswechseln also mein nächster platz geht an cd aber die wird ich bin so ein deppel willkommen ja ich hab verkackt das ist nicht verkackt weil ich vielleicht vier walds haben im saßes geworden weil ich falsch gepläst habe und alle sind gestahnt weil sie johanni hat noch nicht mehr holt eingesetzt er ist gestorben die hat ihr geholt nicht eingesetzt die braucht ja eine ewigkeit bis die zündet ja bei mir das ist super lächerlich obwohl kartus eigentlich der sein sollte der das weiterspellt weil er sowieso tot ist kann ich einfach nicht attackieren ich krieg keine blitzcrank ja okay noch sonst wünsche blitzcrank das ist nur blitzcrank das ist ein zweier egal das grün ich hab ja schon wieder die level 3 ich hab kein blitzcrank gesehen bis jetzt alle meine niedersinn auf crack ich hab schon wieder meine walds oh mein gott ich hätte jetzt gern ein spaddle und ein girdle ich hätte jetzt gern irgendwas gutes ich gehe gerade auf walds obwohl ich gar nicht auf walds gehen möchte ich hab auch die bf-swald mit träne ich könnte jetzt auf arie plötzlich gehen das funktioniert das läuft ich hab gerade auf arie gedrückt die gekauft ist nicht aufgetaucht dieser weg mein geld weg ich bin so sauer alter ich hasse dieses spiel ja das kommt wieder gar nicht level 3 Nidali alter und der Fakten ich brauche ich spiele nicht auf Nidali aber ich so wie zu das ist überhaupt gar nicht lecker das war meine Mann da hat der kleine Lusche die ach du scheiße der dritte arbeitet wo mein Ding jetzt hat nicht mal ne attacken der arbeit der arbeitete dritte na ich wechsle meine comp ich gehe jetzt auf walds ich wollte ich wollte n dicken blitzcrank brauchen aber ich gehe jetzt auf walds alter hat dicke blitzcrank sowieso zu fett die passen nicht mal durch die Tür ich bin Eis okay ich bin euer Miller ich bin euer Cold so ist euer Cold kein Wunder das ist ich verloren habe Lissandra mit Dingelsaus zu tauschen war ja dumm die Sanderes Elemente ist so mein Gott ich bin der Schlechtste ein paar Waren an der Bahn ein paar Waren auch rechnen kräftig jetzt kommen nämlich meinen Elemente Bruder es ist wieder stärker die die hier vor Kurzem mehr Lacken ab als meinen Regen Lärp 3er 100 hp zu geben wir verlieren trotzdem die unlimited man kennt sie die leute die die große körper haben und den sterben son of the beach son of the beach und dann hat er mich umgebracht aber ich gesagt habe ich krieg so viele arys das ist lächerlich gerade die sind auch all over dem marschraube all over dem marschraube alle möchte bringe braun halk ist immer noch level irgendwann wird anivia brand ersetzen aber nicht wenn das so weiter geht er hat auch assassin zu dürfen war ich zweites anderes auf dem feld oder was bei geworfen ich hatte rausgeschmissen und gnar hat dodgen lassen also gnar hat ihn aus dem ball raus geworfen was soll denn das ich weiss einen spray ich weiß gar nicht was ich brauche ich weiß gar nicht was ich brauche das ist einspattel für mich oh fuck ich sehe was ich brauche ach der wichser ein spray wäre eigentlich auch ganz geil tatsächlich einspattel alter Der hat sich locker verrannt. Okay, der wollte das Magic Resist-Item. Ich wollte eigentlich Arie nehmen, ne? Weil Arie hat ein perfektes Item. Entschuldigung. Aber ich bin greedy. Ich bin greedy, Alter. Wenn ich jetzt noch einen so einen Gürtel kriege, dann ist es vorbei. Fühle die Kraft des true Ice. Das ist gerade ein Darius im Shop. Was sagst du mir? Ich sag. Tom, beruh uns. Tom, beruh uns. Boah, so viele Lilane habe ich noch nie gesehen, wenn ich rolle. Ich roll schon wieder so unnötig viel. Ja, ich auch. Ich habe schon viel gerollt. Ich kann eigentlich direkt aufgeben. So, wer ist mein Gegner? Danny O. Das klingt wie ein fucking 70-Titon. Ari, mit den schlechtesten Balls der Welt, Alter. Ari, wirf den Ball auf meine Nidalee. Bist du doch nicht behindert. Das ist so lächerlich. Verwechslung. Yordles. Fucking Yordles, Alter. Ich kriege die Krise. Wie hat jemand Yordles? Ich habe komplett gemisst die ganze Zeit. Oh fucking fuck fuck. Ja, ich habe gegen seinen Phantom gespielt. Ja, kannst du ja nicht missen. Ja. Da ist ein Blitzcrank im Schab. Zu spät. Ich rolle wie ein Weltmeister und ich kriege nix. Ich habe gar keinen Golden mehr und ich rolle. Ja, rolle ich jetzt nochmal? Einmal dürfte ich eh noch überleben. Ja. Jetzt gleich kommt erst mal die Mobrunde. Die ist wichtig. Die ist super wichtig. Die ist important very. Very important. Lucy Line. Haut mich raus. Son of Frost. Junge. Ja, lol. Alter. Come on. Alle gehen auf Armin, ne? Bäm. Weggewischt. Haut auf Armin zu gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Töte den jetzt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Komm jetzt. Und jetzt noch. Ah, der hat CG, Alter. Guck dir das an, ey. Ist lecker. Ah, er hat Draven, Alter. Ist halt auch nur Stufe 1. War knapp. Da muss man das zu sein. Das war alles von okay. Der hielt sich einfach so hart hoch. Ist krass. Lust, lese ich allen. Also der hat keine Chance gegen ihn. Der arbeitet einfach. Der Draven, der arbeitet. So, jetzt kommen endlich Mobs. Das ist die perfekte Chance. Das ist die Braum und Draven, ey. Das ist unbedingt mein Draven. Braum Level 3, K6 Level 3, alle kriegen Level 3. Ich krieg, ich hab nichts, ey. Hab noch extra. Ich bin wieder super kurz von dem Ding an. Von dem K6 Level, äh, Dings. Wie heißt der? Rek'Sai Level 3, Warwick Level 3, Archi Level 3. Kriege ich halt alle mich zusammen gerade. Ja, die Vögel schaff ich doch, oder? Träne. Gib mal noch einen Stab, Alter, bitte. Gib mir den Gürtel. Gib mir den Gürtel. Junge. Was, was ich brauchen, habe ich gekriegt. Ein Stab, ein Stab, ein Stab, ein Stab, ein Stab. Das kann ich mit Tränen machen. Behalt dich. Räumt sie runter. Uniert sind wir stärker. Ich brauche einfach ein... Schädigen. Zwei. Zwei, zwei, zwei. Schädigen. Ich hab grad Warwick verkauft, nur um nochmal zu wehrollen. Ich hab grad übeld aufgelevelt, nur damit ich einen Platz habe hinten. Ja, dann hattest du aber immerhin viel Geld. Dann hatte. Bist du jetzt Level 8? Äh, 7. Oh. Junge, ich fliege verkackt gegen Geister. Ich fliege graus. Ich fliege graus, Alter, weil... Ich fliege graus, Alter, weil... Meine ganzen... Ich fliege gegen fucking Geister. Was... Was geht? Ich bin so sauer. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Wer hat denn die Glashigels? Schier. Ich fliege gegen Schier. Ich fliege gegen Geister verkackt. Hart rollen. Let's go. Ich krieg kein fucking Draven mehr. Ist doch GG, Alter. Ist doch fucking GG, oder wat? Oder wie, oder was? Ich krieg kein... Draven. Ohne... Ohne Draven kann ich... ...einpacken. Lucy, nein. Ich hab halt gerollt. Ja. Scheiße. Na, das ist Sassins, Alter. Ja, aber die Stelle. Ja, wenn Ari, wenn Ari jetzt weg ist, ist es vorbei. Und da ist sie gestunt, Alter, macht nichts. Oh mein Gott. Ja, aber mein Team kann nichts. Ja, zu Gaff ist das Horsüber. Du bist ja Magier, keine Gaff. Du bist ja Magier, auf der Gaff. Ja, ich brauch fucking Draven, ey. Ich... Ich verliere gerade. Oh, verloren. Hat er gewinne ich. Jetzt sowas. Ich muss die umstellen. Ich krieg kein Draven. Ich nicht. Läppsch, ne? Ich einfach nicht. Sonderfrost, natürlich. Der Erstplatz, ich flieg jetzt bestimmt raus. Mit seinen verkackten Yordles, Alter. So gut, er hat gar nicht so viele Sachen, eigentlich. Der hat einmal gegen mich verloren, einmal gegen mich verloren. Du kannst ihn ja eigentlich besiegen. Müsste ich eigentlich. Ja, wenn ich jetzt den nicht besiege, dann bin ich sehr verwundert. K6 war gar kein Schaden. Doch. Mit 3 K6. F***. F***. Ist ja schlimm, wenn du Sonderfrost ein bisschen raushaust. Ja, er hat ein bisschen runtergegangen. Es ist auch noch Forst, aber... Was brauche ich denn, Alter? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Da ist meine Anivia. F*** you. Und warum bin ich so hoch? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Wo ist mein... Wo ist mein Team? Brauche ich einen Spatel? Ich habe keinen Plan, was ich brauche. Ja, verstehe. Ja, ich... Du kriegst mir auch gerade. Ich war voll aufgeschmissen. Träne brauche ich nicht. Gut, dass ich nicht auf dem BF-Sort gepokert habe. Hier ist nämlich keins. Der wäre ja auch schon wieder milde, sauer gewesen. Junge, es gibt kein Drayton, es gibt keine Drayton Sea in diesen Dings oder was. Das ist sehr lächerlich, Mann. Was macht ein Tier und Dings? Das ist der Stärkiss. Ja, nimmst du mit. Ja, nimmst du auch mit. Ich sterbe jetzt sowieso. Doppelskette, die Schifte ist da angewandt. Ja, jetzt fixe ich mich wieder wieder bestimmt, ey. Ja, also Anivia hat mir gefehlt für den 6er Glacier. Das ist halt. Aber es kann sein, dass Brand richtig wichtig war. Und so sieht das gerade nämlich aus. Brand war schon wichtig. Also Brand ist schon nett. Oh nein. Bis dann. Okay. Ich habe keinen... Ah, ich habe keinen... Ah, ich habe keinen... Wow, die Brand-Mistakes. Ich hätte Anivia... Ich hätte nicht auf Anivia spielen sollen. Das habe ich nur in der Folge. Ähm. Ich... 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 Ich kann auf nichts bauen. Meine... Meine Komp ist voll. Ich habe nichts auf der Bank. Alter. Ich rolle jetzt einfach ein bisschen hart. Junge, alles ist hier. Kartos, Swain, Brand, Anivia. Kein einziger Scheiß-Undrave. Es ist lächerlich. RNG hat mich gefickt. Ich glaube, ich habe ein Mistake gemacht. RNG fickte mich in meinen Arsch. Oh, der hat das Hassel. Der hat das Hassel ins Alter. Meine Arge geht genau in die Mitte. Niemand gewinnt, ja. Meine Arge geht genau in die Mitte. Die ist retarded. Junge, Sun of Frost. Alter, den mache ich fertig. Gefickt. Hab ich den. Erster Platz, Alter. Ich habe die jetzt raus, ne? Ich habe die jetzt raus, oder? Bitte, bitte, bitte. Ich habe die raus, ne? Wer hat gesagt? Ja, aber es ist ja nicht Sun of Frost. Nee, aber Sun of Frost ist... Aber Sun of Frost kann nichts. Ey, das heißt, das wird auf jeden Fall hochgeladen, weil einer von euch gewinnt. Hm... Vielleicht. Vielleicht. Gerade eben hast gesagt, Sun of Frost kann was. Ja, aber wer weiß. Der macht ja nichts. Der sieht aus wie ein Haar auf dem Scheiße, der Junge. Richtig beleidigt, aber das hat er verdient. Ich bin kurz vor Shapeshifter. Ich habe Shapeshifter 2 von 3, Jordan 2 von 3, Void 2 von 3. Junge, ich roll so viel und krieg nicht ein Draven. Ich muss ja auch rollen, ne? Ach, gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Brand. Ich hätte mich auf Brand verlassen sollen, warum habe ich Anivia genommen? Die... fucking... Kann Zeit gewinnig. Never change your running system. Mit Sorcerer gegen Dragon zu spielen, ist halt super scheiße. Geil, er hat ein Item. Oh, Junge! Ja, ich habe gegen den Drachen verkackt. Wiesner gegen den Drachen verkackt und Sun of Fear auch. Alles klar, weil die sich auch so perfekt hingestellt haben, dass alle vor Draven standen. Ich habe den extra in die Ecke allein gestellt. Ey, Leute, Leute, welchen Silkes auf jemanden packe. Kriegt er auch selber den Bonus, ja, ne? Ja. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Mach ich trotzdem. Auf Ari. Ja, das steht hier nur. Krieg hat, glaube ich, gewonnen, weil die beiden anderen gegen den Drachen verkackt haben. Und ich habe Magical, Leute. Junge, es gibt keinen Draven. Ich habe jetzt Übelstangst vor Biesten. Ich rasse richtig auf, Mann. Ich hereskalier nur. Ich habe Übelstangst vor Biesten, Alter. Jetzt kommt der Smuts auch noch eins. Nein, Mann, ich kann nichts. Du hast Übelst der Assassins, ja, okay. Fuck. Ich hätte eigentlich, dass er nicht rausgehaut. Ich hätte lieber eine geist... Du hast einen dicken Draven, Alter. Draven ist Stufe 1. Ja, Argi ist schon mal bei keinen Leuten, damit ich den Bonus bekomme. Ja, okay. Argi überlebt halt. Junge, guck dir die Stufe 3 Kassiks an. Das macht nichts. Hätte ich einen Draven Level 2 gehabt. Das ist alles. Ich habe 50 Mal Rerolled nichts gekriegt. Die 1,1. Und denkt daran, zu abonnieren und zu liken. Denk daran, dass das Bullshit-RNG-Scheiß-Game ist. Gable. Dafür stehe ich viel wieder bei meinem Namen. Aber erstmal noch schnell hier Darius verkaufen. Ey, soll ich mal eine Comp umstellen? Äh, er macht. Er hat jetzt gerade ein Ding ins Level 3 gekriegt. In der Lulu Level 3 ist gefährlich, das fuck. Mal gucken. Aber er ist auch nur Level 7. Ich hoffe, mein Umstellen war jetzt nicht verkackt. Sollte eigentlich gut sein. Der finale Kampf. Ich mache ein Screenshot von deiner Seite. Achso. Ja. Kommt, aber die sicher jetzt nicht. Ach, scheiße. Hättest du davon sagen müssen. Ich finde schon. Das war sowieso wieder wild. Ach, die Seite links. Ja. Ja. Ja, Replay.